Heute sind wir wieder mal in der Mobilgarage unterwegs und zwar beim Fotoshooting hier in Germersheim in einem Lost Place. Das ist hier ein ehemaliges Hafen beziehungsweise Werftanlage hier in Germersheim, die schon längere Zeit stillgelegt ist. Wir haben hier unsagbar viele Mädels, haben um die 20, 30 Mopeds, damit wir hier wirklich eine große Auswahl hinbekommen, um einfach wieder mal wie jedes Jahr den besten Mopedgaragekalender des Jahres rauszubringen. Lasst euch überraschen, schaut ein bisschen zu. Der Steffen ist unser Voyeur, der hier überall rumrennt und die Mädels heimlich filmt und dann seht ihr ein bisschen was für Arbeit, dass wir uns doch machen. Bis im Endeffekt diese 12 beziehungsweise 13 Bilder, die ein Kalender braucht, ausgewählt sind. Also hier seht ihr mal ein bisschen heißer Scheiß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.